Schlank sein und sich wohlfühlen, diesen Wunsch nutzen sehr viele Hersteller aus und bieten dir die verschiedensten Diätmittel an, ob Shakes, Pulver, Tabletten. Sie spielen letztendlich mit deiner Sehnsucht schnell und einfach abzunehmen. Machen diese Wundermittel aber wirklich schlank oder machen sie am Ende nur deinen Geldbeutel schlank und du bleibst nachher frustriert einfach zurück. Genau darum soll es heute in diesem Video gehen, also bleibt dran und wir finden es heraus. Hallo und willkommen, hier ist wieder Martin, dein Gesundheitscoach und Ernährungsberater und die Auswahl an Diätmitteln und Wundermitteln ist heutzutage riesengroß. Es gibt Diätshakes, gibt Fettburner-Tabletten, Kalorienblocker, Appetitzügler, Abnehm-Tees, sogar Wundertropfen, mit denen du keinen Hunger mehr haben sollst. Es ist einfach ein riesengroßes Milliardengeschäft, denn allein im letzten Jahr wurden damit 2 Milliarden Euro Umsatz gemacht und das ist auch absolut kein Zufall, denn in Deutschland leiden 53% aller Frauen und 67% aller Männer an Übergewicht. Die Diätindustrie spielt letztendlich mit deinen eigenen Wünschen und schürt bei dir eine gewisse Hoffnung, dass all deine Probleme mit diesem einen Mittel komplett gelöst werden. Und dabei geht die Wirkung von nicht nachweisbar bis ganz leichte Wirkung auf deinen Abnehmeffekt. In der Werbung versprechen sie aber was komplett anderes. Du sollst mit diesem einen Mittel schnell und leicht und ohne große Veränderungen abnehmen können. Nimm einmal täglich dieses Pulver oder diese Tablette und deine Kilos Porzeln von ganz alleine und du musst gar nichts ändern. Und ich möchte dir das gerne einfach mal greifvoll machen an einem Beispiel und hierfür nehmen wir mal das Sättigungspulver. Du trinkst es und hast dadurch weniger Hunger, weil in diesem Sättigungspulver Quellkörper enthalten sind. Und wenn du das dann trinkst und es in den Magen gelangt, dann quellt es auf und gibt letztendlich das Sättigungssignal weiter ans Gehirn und dann hast du einfach keine Hunger. Das heißt, es wird unterdrückt, dass du einfach weniger isst und es dir leichter fällt zu hungern, um dann abzunehmen. Es ist aber irgendwo so eine Symptomenbekämpfung des Ganzen. Also wir nehmen irgendwelche externen Sachen, um dann irgendwie keinen Hunger zu haben. Aber die große Frage ist ja, was ist die Ursache, dass du beim Abnehmen Hunger hast? Denn meistens ist es hier die Einstellung zum Thema Abnehmen, dass man hier meistens denkt, okay, ich muss einfach von dem, was ich esse, weniger essen, so FTH-mäßig. Oder, ah ja, ich muss auf gewisse Sachen verzichten. Oder ich muss sogar gewisse Mahlzeiten auslassen, um abzunehmen. Ja, dann wird halt nicht mehr gefrühstückt oder dann wird halt kein Mittag mehr gegessen. Ach ja, stimmt, ich habe ja mal gehört, Abendsessen macht dick. Ich lasse dann mal lieber das Abendessen aus und nehme dafür einfach mal das Sättigungspulver, weil dann habe ich ja einfach keinen Hunger. Und auch letztendlich das, was du isst, hat unterschiedliche Wirkungen auf deine Sättigung. Nehmen wir hierfür gerne mal ein helles Brötchen mit Marmelade. Oder zum Beispiel, du willst abnehmen und isst zum Mittag einfach nur einen Salat. Ja, ganz ehrlich, die Erfahrung hast du vielleicht auch schon gemacht, dass sich das nicht wirklich lange satt macht. Ja, du isst es kurz bis kurz gesättigt und dann kriegst du zwischendurch wieder Hunger. Und dann wird gesucht, wo sind die Essen. Genauso auch Süßigkeiten. Süßigkeiten machen dich nicht lange satt. Dahingegen eine Ernährung, die ausreichend Eiweiß enthält, komplexe Kohlenhydrate, also auch Vollkornprodukte, die gleichzeitig auch wieder Ballaststoffe haben, Gemüse und auch Obst. Damit bist du auch schneller gesättigt und vor allen Dingen auch länger gesättigt. Und dafür brauchst du kein extra Sättigungspulver, sondern du kriegst einfach ein gewisses Bewusstsein für deine Ernährung und lernst für dich, hey, was braucht mein Körper, was ist wichtig und was tut ihm gut. Anstatt einfach nur ein Sättigungspulver zu nehmen, was letztendlich nur das Symptom unterdrückt. Genau auch zu diesem Thema Sättigungsgefühl habe ich auch schon in einem YouTube-Video gemacht. Das verlinke ich dir gerne auch nochmal hier oben. Und dann kannst du es gerne im Nachhinein einfach nochmal anschauen. Weil wenn wir ehrlich sind, die einzigen, die etwas von solchen Produkten haben, das sind die Hersteller. Die machen natürlich Kasse mit dir, die machen mit dir extremen Umsatz, weil sie dir irgendwas versprechen, was schnell und einfach gehen soll, aber nicht so wirklich funktioniert. Und genau da komme ich auch schon zum nächsten Punkt, weil bei vielen Abnehmprodukten steht im Kleingedrucken, dass es erforderlich ist, eine kalorienreduzierte und ausgewogene Ernährung zu haben und sich mehr zu bewegen, damit dieses Abnehmprodukt letztendlich seine Wirkung entfaltet. Im Marketing macht das irgendwie einen anderen Eindruck. Da wird es eher rübergebracht wie ein Wundermittel, weil wenn man sich diese Verpackung mal anguckt von solchen Mitteln, ob Fettburner, Sättigungspulver, irgendwelche Fettverbrennungskalorienblocker, Tabletten, ja was ist da vorne drauf? Meistens eine fröhliche, schlanke Frau, irgendwelche Schlagwörter mit schnell und einfach abnehmen, was dir suggeriert, hey, das ist die Abkürzung zu meinem Wunschgewicht. Aber ganz hinten im Kleingedruckten steht letztendlich die Wahrheit drauf, aber ja, wer liest sich schon das Kleingedruckte durch? Und das ist irgendwie die Krux an der ganzen Sache, weil hast du ein Kaloriendefizit, ernährst du dich ausgewogen, was dich auch letztendlich besser sättigt, nimmst die Nährstoffe auf, die du wirklich brauchst, um leistungsfähig zu sein und dass dein Stoffwechsel gut funktioniert, hast für dich einen aktiven Alltag, dann ist natürlich auch dein Stoffwechsel wieder aktiver und damit nimmst du letztendlich auch viel, viel besser ab. Also da ist irgendwie die Frage, okay, wozu soll ich dieses Mittel jetzt nochmal nehmen? Was soll es genau für mich erreichen? Wir wissen es nicht. Also was können wir hier zusammenfassend sagen? Das Einzige, was Diätmittel schaffen, ist einfach nur dein Geldbeutel schlanker zu machen, aber du bleibst irgendwo frustriert zurück und denkst, hey, ich kann einfach nicht abnehmen und ich kann einfach nichts durchziehen. Obwohl das Problem nicht vorrangig bei dir liegt, sondern vielleicht an diesen dubiosen Mitteln, die dir irgendwas versprechen, aber im Kleingedruckten denn genau die Wahrheit steht, dass es letztendlich nur mit einem Kaloriendefizit und einer angepassten Ernährung wie auch aktiver Bewegung geht. Bei viel effektiver und vor allem auch nachhaltiger ist es doch hier, die Ursache des Übergewichts herauszufinden und nach und nach etwas für dich in deinem Leben zu verändern. Das heißt, nach und nach deine Ernährung umzustellen, für dich ein Grundfundament aufzubauen für deine Ernährung. Also letztendlich die 20%, die 80% zu deinem Abnehmerfolg führen. Und das ist unter anderem auch eine bewusste Ernährung. Also so, okay, habe ich gerade Hunger oder habe ich gerade nur Durst? Oder habe ich gerade Hunger oder habe ich gerade nur Appetit? Und wann bin ich eigentlich satt? Und wann habe ich jetzt eigentlich noch mehr Hunger? Das ist halt wirklich so das Körperbewusstsein, wie ich es gerne auch immer nenne, zu hören, okay, was sagt mir mein Körper? Weil unser Körper gibt uns ganz viele Signale und sagt uns letztendlich, was wir wirklich brauchen. Aber wir haben das nie gelernt. Wir sind so halsabwärts abgeschnitten und suchen in unserem Kopf, in unseren Bänken immer die Abkürzung zu etwas. Obwohl letztendlich schon alles da ist. Aber wir dürfen halt wirklich lernen, das wieder mehr zu hören. Und das ist am Ende viel, viel nachhaltiger. Genauso auch bei dem Punkt Bewegung im Alltag. Also wirklich auch aktiver zu sein. Das hört sich immer so leicht an zu sagen. Ich weiß, dass es alles andere als leicht ist, wenn man den ganzen Tag arbeitet, dann noch Kinder hat und hier eine Verpflichtung und da eine Verpflichtung. Da ist man froh, wenn man abends einfach auf der Couch liegt. Deswegen ist es auch hier wichtig, vor allem für mich auch im Coaching wichtig, dass wir hier eine Bewegung für dich finden, die leicht umsetzbar ist in deinem Alltag und die dir vor allem auch noch Spaß macht, unabhängig vom Abnehmen. Weil wenn du einfach nur Sachen machst, um abzunehmen und dann stagniert es mal, dann verlierst du sehr schnell die Motivation. Also hier ist es halt wirklich wichtig, Aktivitäten im Alltag zu finden, die dir Spaß machen können. Und was hier genauso wichtig ist und meistens vernachlässigt wird, ist, dass du dich selber auch besser kennenlernst. Also warum esse ich eigentlich das, was ich esse? Warum zweifle ich eigentlich immer wieder an mir selbst? Warum fühle ich mich ständig so gestresst? Wo stehe ich mir eigentlich selber im Weg, dass ich diese gewissen Sachen einfach nicht erreiche? Oder wo habe ich unterbewusste Glaubenssätze, die mich daran hindern, dass ich abnehme? Zum Beispiel auch Glaubenssätze von, ich habe einfach keine Disziplin, ich kann das einfach nicht, ich bin halt nun mal dick. Oder auch abnehmen ist hart, schwer und ganz viel Verzicht. Da habe ich keine Lust drauf, da habe ich auch keine Zeit für. Und wie denke ich eigentlich selber über mich? Das ist so der Prozess, sich selber auch kennenzulernen, weil wenn du dich selber kennenlernst, dann verstehst du dich selber auch immer mehr und kannst dann bewusst etwas für dich verändern, was denn wirklich nachhaltig ist. Weil letztendlich ist deine Gesundheit und dein Körpergewicht ein Resultat deines Lebensstils. Und dein Lebensstil wird letztendlich bestimmt durch deine Gewohnheiten, also deine täglichen Handlungen, die du immer wieder tust. Und durch das häufige Wiederholen wird es irgendwo in dir ein automatischer Ablauf, damit am Ende dein Gehirn Energie sparen kann. Weil unser Gehirn ist das Organ, was am meisten Energie von uns braucht. Und das möchte natürlich effizient arbeiten. Und deswegen haben wir gewisse Automatismen, die natürlich es uns auch schwer machen, irgendetwas zu verändern. Denn das, was du konstant tust, führt letztendlich immer wieder zu einem Ergebnis. Also Beispiel hier, wenn du konstant dich wenig bewegst, viel Fast Food isst und viel Süßigkeiten isst, konstant gestresst bist, konstant Schlafmangel hast und auch dich kaum bewegst. Was ist das Ergebnis dieser konstanten Handlungen? Du wirst dich unzufrieden fühlen, du wirst wenig Energie haben, wirst öfter krank sein, wirst dich unwohl fühlen und dann natürlich auch Übergewicht haben. Andererseits kannst du aber auch konstant dich bewegen und aktiv im Alltag sein und das halt tagtäglich tun. Tagtäglich auch auf dich selbst zu achten, dich auch mal zu erholen und nicht die ganze Zeit immer nur zu funktionieren. Und letztendlich auch für dich mehr und mehr an deinem Schlaf arbeiten, an deinem Stressmanagement. Also herauszufinden, okay, warum schlafe ich schlecht? Was geht mir nachts kurz vor dem Schlafen alles durch den Kopf? Und auch, hey, was stresst mich in meinem Alltag? Und auch da kann ich dir sagen, der meiste Stress kommt von uns selbst. Aber auch da hatte ich jetzt vor kurzem erst ein Video gemacht, wie Stress deine Figur beeinflusst, wo dieser Stress eigentlich herkommt. Und das Video verlinke ich dir gerne auch nochmal hier oben. Und genauso ist es auch wichtig, natürlich nach und nach an seiner Ernährung zu arbeiten. Was wird daraus das Ergebnis sein? Du wirst mehr Energie haben im Alltag, du wirst dich leistungsfähiger fühlen, du wirst viel gelassener sein, weil du einfach nicht mehr so schnell gestresst bist und dich unter Druck gesetzt fühlst. Du bist viel zufriedener, glücklicher, schlank und fit und hast somit auch wieder viel mehr Möglichkeiten im Leben. Kannst mit deinen Kindern spielen und wenn du sagst, hey, heute will ich wandern gehen, dann gehst du wandern und ich will auf diesen Gipfel laufen, dann läufst du auf diesen Gipfel. Also es gibt dir so viel mehr Freiheit, weil um es hier einfach mal komplett runterzubrechen, um wirklich nachhaltig abzunehmen. Braucht es keine Wundermittel, es braucht keine krassen Diäten oder irgendwelche besonderen Fettburner Workouts, weil das, woran es bei den meisten liegt, ist einerseits chronischer Stress in unserer heutigen Zeit, Schlafprobleme, weil wir innerlich sehr unruhig sind, negative Gedanken und negative Emotionen haben, wo wir einfach nicht wissen, wie gehen wir damit richtig um, die letztendlich uns stressen und wir dadurch sehr, sehr schlecht einschlafen. Dazu kommt auch noch wenig Bewegung, weil klar, haben wir viel Stress und schlafen sehr schlecht, wo sollen wir die Energie noch hernehmen? Also sind wir froh, wenn wir uns einfach mal ausruhen können, was dazu führt, dass wir uns weniger bewegen, uns schlechter ernähren und natürlich auch, dass wir unterbewusste Muster haben, unterbewusste Gewohnheiten, wo wir tagtäglich immer wieder das Gleiche tun, obwohl wir doch eigentlich was verändern wollen. Und ganz wichtig auch hier, sabotierende Glaubenssätze. Dass du in dir negative Glaubenssätze hast, die dich davon abhalten, abzunehmen, die dich davon abhalten, auch einen Lebensstil zu führen, der dir Spaß macht, indem du dich wohlfühlst. Und das, was den meisten auch fehlt, weil wir es alle irgendwo nie in der Schule gelernt haben, ist halt das Grundfundament für die Ernährung. Also auch hier die Klarheit zu haben und einen roten Faden für dich persönlich so, okay, worauf muss ich jetzt wirklich achten? Es ist jetzt wirklich entscheidend, nach 18 Uhr nichts mehr zu essen. Sollte ich eigentlich frühstücken? Macht Fett jetzt wirklich Fett? Das ist das, wo die meisten sehr unklar sind. Und auch hier für dich ein Grundfundament aufzubauen, was dein Leben lang bleibt. Also letztendlich das nachzuholen, was wir in unserem ganzen Leben, in der Schule und von unseren Eltern nie gelernt haben. Und hier geht es dann letztendlich daran, an diesem Stellschrauben zu arbeiten und ganz wichtig, Schritt für Schritt im Prozess zu verändern. Also nicht von heute auf morgen alles zu verändern, weil das endet meistens in der Katastrophe. Und hier halt wirklich einen roten Faden zu haben, einen Prozess zu haben, Klarheit zu haben, um dann wirklich nach und nach etwas verändern zu können. Weil so ändern sich letztendlich auch deine Gewohnheiten. Es entsteht für dich ein Lebensstil, in dem du dich selber auch wohlfühlst, zufrieden bist und auch Lebensfreude hast. Und genau das spiegelt sich letztendlich wieder an deinem Körper. Und damit, denke ich mal, habe ich es jetzt ganz gut runtergebrochen. Wenn du wirklich herausfinden möchtest, was die wahre Ursache ist, warum du Übergewicht hast, dann habe ich dir hier oben jetzt einmal nochmal das Video verlinkt. Das kannst du dir gerne jetzt im Anschluss anschauen. Oder wenn du für dich sagst, okay, wie war das jetzt eigentlich nochmal mit dem Stress und warum macht Stress mich auch dick und hindert mich daran abzunehmen, dann habe ich das hier oben auch nochmal verlinkt. Denn danke ich dir, dass du mir zugehört hast, dass du ein paar Impulse, denke ich mal, für dich auch mitgenommen hast und dass du jetzt in Zukunft auch keine Diätmittel mehr kaufst und damit nicht dein Geld verschwendest. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video.